Ladies and Gentlemen, na li hallo zu... Moment, hallo und herzlich willkommen so zu einer weiteren Folge von Titan 2 hier von Hashtag Eure Götter. Wir joinen auf... Jay ist natürlich wieder am Start. Und, 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 Jay Pete auch. Ja, richtig. Wir joinen in 3, 2, 1, jetzt. Gib ihn. Kling, kling. Folge 5. So, wir reißen den Scheiß jetzt hier ab und gehen da weiter runter. Moment, warte mal, ich kann mir noch ein Höschen bauen. Das heißt, wir brauchen nur noch die Brustplatten, ne? Das ist korrekt. Gut. Ich habe zwar schon eine Lederbrustplatte, die habe ich ja irgendwann gefunden, aber ich würde sagen, wir nehmen... Entschuldigung, wir gehen jetzt nach unten. Was hat die noch mal für eine Verzauberung? Was? Dass wir geschützt sind gegen, äh, böse Effekte. Negative Effekte. Und du? Und das ist halt ähnlich wie die Eisenrüstung. So, hier war... Wo war denn das Loch, was ich gefunden hatte? Hier. Ah, da. Genau. Lass mal mal runtergehen. Oh. Äh... Ich mache jetzt voll die geile Idee. Was machst du denn geiles? Hinter uns zubauen? Bauen wir uns hier mal ein. Ich habe eine Treppe nach unten gemacht. Hey, wir sind nicht die Einzigen auf dem Server. Der V-King ist da und möchte hier irgendwas von uns machen. Der V-King. Ja, das ist eine geile Höhle hier. Leck mich am Arsch. Das ist die beste Höhle aller Zeiten. Gehen. Was? Oder gehen wir jetzt... Wir brauchen auf jeden Fall noch Zitrin. Ich hab... Wir haben 15. Das reicht nicht ganz, wa? Also ich hab 15. Wir brauchen 16. Ich hab eins noch. LOL. Ja, alles klar. Genau. Ja, kein Zitrinschwerter. Wir brauchen Zitrinschwerter. Die sind besser als die Eisenschwerter. Ach so. Also wir brauchen auf jeden Fall ein bisschen Zitrino. Also ein bisschen was brauchen wir. Okay. Kannst du durch mich durchschlagen? Ich kann dir keinen Schaden machen. Moment, wir sollten das hier nur mit Stein machen, wa? Alter, was ruckelt das denn jetzt so krass? Ich hab keine Frames mehr. So. Brenn mal den Shit oben. Werde ich hier nach unten buddeln. Welchen Shit? So essen und so. Hier, 13 Zitrinen hab ich noch. Lege ich den mal kurz da hin. Ich hab noch 30 Essen. Bauder heißt, geh nach unten. Wir sind doch gleich unten. Dann können wir das doch da brennen. Dann müssen wir nicht immer da laufen. Was heißt denn, wir sind doch gleich unten? Ja, wir sind auf Höhe 28. Das heißt, die 15 Blöcke sind wir schnell genug unten. Befürchtet ich dann immer hoch springen muss und runter. Ja, okay, 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 okay. Ich mach das Eisen weg. Okay. Dann geh ich weiter in die Tiefe. Genau. So, was hatten die Leute nochmal geschrieben von der Höhe her? Zwölf. Zwölf. Ich höre Lava! Ja, sehr schön. Dann können wir wenigstens unsere Eimerchen füllen. Und wir müssen dann am besten noch einen geilen Titanbo- oder beziehungsweise erstmal einen Bogen holen. Und dann brauchen wir ganz viele Hühnchen eigentlich. Aber ich glaub ich noch gar keine Federn. Irgendwo gesehen. Äh, Federn hab ich auch nicht. Lava ist gefühlt rechts von uns irgendwo, oder? Oh! Da ist sie! Okay, ich bin jetzt auch auf Höhe 12. Perfekt. Ja, dann machen wir hier jetzt eine Base. Ich hab Lava wieder zugebaut. Wow. Zack, zack, zack. Da. Dann baue ich Redstone mal auch ab. Auch wenn ich das nicht mehr aufnehmen kann. Zack, zack. Mittlerweile schon Level zwölf. Ah, Level vierzehn. Yo! 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 Hast du das Zitrin? Ah, ich hab das Zitrin schon. Von dir bekommen. Und Fleisch schon. Hast du mir das Fleischzeug gegeben? Ja, hab ich dir eigentlich gegeben. Ja, perfekt. Alles cool. Ah. Das hab ich hier drin. Und zack. Hoi, 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 hoi. Wieso ist hier kein Zitrin, sondern nur hässliche Kohle? Ja, ich mach uns erstmal Eisenhändel. Äh. Mach uns ein geiles Zitrinschwert. Okay. Ja. Zack. Zack. So. Nice. Jetzt haben wir das schon mal. Das brennt in der Zeit. Äh. Hier. Okidoki. Was werbe ich denn weg? Und nochmal in den Eisenofen. Äh. In den Steinofen. Mal was brennen können. Ach, scheiße. Jetzt hab ich guten Stein da. Mäh. Sieht so gleich aus. Okay, eigentlich können wir dann auch fast wieder... Ja, keine Ahnung. Jetzt haben wir echt wieder relativ viel. Äh. Wollten wir nicht noch ne Rüstung haben? Ja, das ist ja schon kräftig am Brennen. Okay. Sieht ja schon eigentlich ganz gut aus. Lass uns mal ein bisschen Eisen finden. Ich geh in der Zeit weiter auch suchen. Ich hab sechs Eisen. Ja, wir farmen erstmal einfach. Lass die Folge farmen und danach gehen wir in den Krieg. Okidoki. Oder so halb in den Farmen oder was auch immer. Mal gucken. Wie weit wir kommen. So halb in den Farmen? Ja, gucken wie weit wir kommen. Vielleicht finden wir jetzt halt noch ein bisschen Diamanten oder sowas. Wär mega nice. Ich finde leider gerade aktuell gar nix. Das stimmt. Eisen. Ah, da hinten ist Eisen. Ja, das nehm ich da auch mal mit. Was haben wir denn hier? Hab ich zugebaut. Diese Lava-Geräusche um einen rum. Wir dürfen gleich nicht vergessen. Äh, das macht mich echt ein bisschen kirre. Das dürfen wir nicht vergessen. Äh, unsere Eimer voll zu machen. Ja, duck dich mal. Kannst du auch geduckt bauen. Wenn du, äh, so habfust. Okidoki. Zwar nicht, dass hier jemand sein wird, aber... Man weiß es nie. Ah, das stimmt. Komm schon, irgendwas. Äh, es ist zum Kotzen hier. Wir sind aber nicht von Glück verfolgt. Also es wird echt... Das Stripmine wird hier von... gestraft. Ja, das Gefühl hab ich auch. Ja, das ist echt zum Kotzen. Habe ich bisher noch gar nicht gefunden. Äh, gar nicht. Nimmer Titan, oder... Pfff. Ich weiß gar nicht, ob ich das mit Eisen überhaupt abbauen kann. Titan, Titan. Ups. Lalalala. Alter, du kannst ja echt dich zu Tode graben. Redstone habe ich jetzt schon einiges gefunden. Ja, das gibt Level. Das ist doch auch cool. Können wir uns an übelste Redstone-Fallen sitzen. Ne, wir sind ja so Profi. Ja, auf jeden Fall. Das wird super funktionieren. Ja, das ohne Probleme machen können. Soll ich da noch ne Schere bauen? Ich glaube, ich baue da noch ne Schere. Und wir bauen am besten uns ne Ersatz-Eisen-Rüstung, wenn wir genug Eisen haben. Die wir uns dann in unser Live-Inventar packen. Damit wir wenigstens ein bisschen ausgerüstet sind. Ja, kein Problem, aber... Ein Secondary-Ding, wenn wir sterben sollten. Was, glaube ich, nicht unwahrscheinlich ist irgendwann. Ach! Wir rotzen alles weg. Hui! Ist da eine Zitrin irgendwo? Äh, ne. Hast du schon Zitrinen-Chestplate gebaut? Nein. Ich habe ja gar keine Zitrinen. Okay. Moment, ich habe zwei Zitrinen-Eng-Nots. Ja. Was war das? Oh Mann, uns fehlt ein Zitrin. Lol. Ja, ah, unglücklich. Ich suche weiter. Das Gefühl, dass Zitrinen oben häufiger war als hier. Leck mich am Arsch. Oh, was war das denn hier für eine dumme Aktion jetzt? Was hast du gemacht? Ich habe das Eisen erst weggesteckt und dann wieder reingesteckt und... Also in das Leifelwetter. Also in das Leifelwetter. Hauptsache stecken. War ziemlich... War doof. Reicht. Eisen habe ich hier eine ganze Menge. Das ist gut. Dann komme ich hier direkt dann ab. Ich weiß zwar noch nicht wofür. Doch, wir machen uns eine Secondary-Rüstung. Ach, die kann ich auch so bauen. Soll ich das mal ganz kurz in den Ofen werfen? Mach das ruhig. Gib dir in der Zeit mal deine Rüstung. Hä? Während du das in den Ofen legst. Ach so, Eisenrüstung. Aber du bist ja fertig. Du kannst ja ins Live-Inventar schmeißen. Damit ich nämlich jetzt auch durch. Oh Gott, mein Live-Inventar ist ganz schön voll. Voll. Eigentlich gleich. Ein wenig Krieg ziehen. Hast du mir eine volle Eisenrüstung gegeben? Ja. Bist noch... Bist voll. So bist du... Soll ich mal gehen? Ich dachte uns fehlt noch Citrin für irgendwas. Ich bin... Ich bin... Ein Citrin... Oh lol. Bist du verwirrt oder was? Ich bin mega verwirrt gerade. Scheiße, Mann. Einverfick Citrin. Eben. Müssen wir jetzt noch eben schnell irgendwo besorgen. Und kotzen. Weil wofür fehlt das genau für deine Brustplate oder was? Ja. Wäre ganz cool, wenn ich da keine Lederrüstung mehr hätte. Und Lava haben wir noch in einer Oberfläche. Da können wir die theoretisch auch holen. Und dann gehen wir Spinnen jagen. Damit wir uns Bögen bauen können. Oh, Lapislazuli. Nice. Braucht man jetzt hier zu verzaubern. Glaube ich. Ist das nicht mehr einfach so? Stimmt, richtig. Da war ja mal was. Das ist wichtig. Tja, Jay. Das sieht irgendwie mit Citrin kacke aus. Da sagst du was. Das ist echt zum Kotzen. Ein scheiß Citrin, ey. Oh, da ist Lava. Die Lava gefunden. Mach keinen Quatsch, brother. Ich habe Citrin gefunden. Aber das ist weit weg in der Lava. Ich habe Gold gefunden. Scheiße. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch einen Eiseneimer. Gold ist auch mega nice. Sehr gut. Aber ich gehe jetzt da nicht zu dem Citrin. Das ist mir irgendwie... Ernsthaft? Wir brauchen nur noch eins. Wir gehen jetzt zu dem Citrin. Hell wird gefährlich. Oh, oh, oh. Mal gucken. Gleichgeschlecht steht da erstmal. Try to swim in Lava. Delachon kommen. Ist das da hinten? Ah, da ist Citrin. Geheiligt seist du geiles Citrin. Komm her bei. Geiles Ding. Oh, weh. Da kommt jetzt Lava von oben runter. Ja, dann kotze ich aber. Ja. Nice. Wir haben Citrin. Sehr gut. Ah, scheiße. Das weg. Okay. Den Scheiß kannst du wegwerfen hier. Weg damit. Da ist so viel dabei irgendwie. Was hat denn? Was habe ich denn jetzt aufgesammelt? Ein Wasserbottel. Sieben Leder. Ist das cool? Ja, Leder ist wichtig. Hier, nimm du mal das ganze Leder dann. Oh, jetzt habe ich das da runter geworfen, glaube ich. Oder sammelst du da drauf? Ja, hast du. Strings sind auch mega gut. Können wir uns auf dem Fallschirm irgendwann bauen. Aber. Da brauchen wir jetzt noch ein bisschen Leder mehr. Bauen? Brauchen wir bauen? Äh, ja. Damit könnten wir theoretisch dann die Melonen wachsen lassen. Ich habe übrigens fünf Strings. Kann ich nicht schon einen Bogen bauen? Damit müsstest du einen Bogen bauen können. Moment, dann kannst du mir einen abgeben, einen String. Klar. Einen Bogen mir geben. Ja, ich vercheck das immer. So. Werf mir mal den String zu. Dann kann ich dir direkt einen bauen. Läuft doch! Da ist ein Bogen. Ich habe zwei Pfeile. Ich kann dir einen Pfeil geben. Ich will hier noch irgendwo Eisen. Geil. Scheiß auf den Pfeil. Dann. Okay. Hast du noch Eisen, Ingrid? Ich habe 16 Stück, ja. Geil. Dann mach mal zwei Eimer noch. Erledigt. Was ist die Lava denn? Dann würde ich mir nämlich... Ah, hier. Hier ist überall Lava. Okay. Ich habe einen Lava Eimer. Und Wasser würdest du dir jetzt noch holen wahrscheinlich, wa? Also hast du die Rabbit Heils weggeworfen, du Lauch. Ja, die zwei Stück, alter. Ich habe mein Inventar ist voller als voll, ey. Ja, ist okay. Hab ich jetzt. Du bist in einer Minute gekickt. Okay. Dann gehen wir danach los. Okay. Oder wir können hier schon mal abbauen. Weil... Dann können wir schon mal hoch gehen langsam. Okay. Oder brauchen wir noch was? Nö. Okay. Ui. Bin schon wieder voll. Ist noch so ein hässlicher... Das ist ein scheiß Eimer. Du musst mir noch den Eimer geben. Hier liegt noch unser... Eisen... Ofen. Nämlich. Brauchst du noch Fleisch? Nene, ich habe richtig viel. Okay. Sehr gut. Ja, haben sie uns wohl nicht gefunden. Äh... Oh. Scheiße, warte. Geh mal weg. Okay. Bauch. Fünf Sekunden. Und wir sind weg. Das war eine weitere Folge von Hashtag Titan 2 hier von euren Göttern. Wir sind weg. Weg. Äh, vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr uns mitteilen würdet, wie ihr die Folge fandet. Und, äh, ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tipps.